Musik Dombaumeisterin Hedwig Strabig erläutert am Modell, welche Herausforderungen sie an der Ostkuppel, dem sogenannten Vierungsturm, bewältigen musste. 2019 trat die heute 35-Jährige ihren Dienst in Speyer an. Die Sanierung der Kuppel war ihr erstes großes Projekt. Doch das steckte voller Tücken, weil bei der letzten Sanierung in den 1960er Jahren gravierende Fehler gemacht wurden. So war der Dachstuhl mit Holzschutzmittel kontaminiert, der Grenzwert um das tausendfache überschritten. Er musste mühsam gereinigt werden. Zudem waren Teile des Gebälts vom Pilz zerfressen, die Holzkonstruktion war zu 90 Prozent kaputt. So die ein oder andere schlaflose Nacht hatte ich schon, zumal wir ja Veränderungen innerhalb des Bauablaufes hatten durch die Erkenntnisse, dass der Bereich des Schwellenkranzes an der Vierung kaputt war. Und wir nicht genau wussten, bricht uns jetzt die Vierungskuppel auseinander oder was passiert. Nun, es brach nichts auseinander, aber für die Kuppelsanierung war es allerhöchste Zeit. Nach vier Jahren Arbeit erscheint die Kuppel nun in rötlichem Verputz und orientiert sich damit in der Farbgebung am Mauerwerk des Domes. Aus Pfälzerwald und Neckartal musste roter und gelber Sandstein herangekarrt werden, um Kuppelbereiche wie beispielsweise die Zwerggalerie zu erneuern. Regenrinnen und Fallrohre wurden nach Vorgaben des Denkmalschutzes neu und unauffällig installiert. Die Kupferplatten der Dachverkleidung sind nach wie vor die alten. Hier war den Angaben zufolge keine Instandsitzung erforderlich. Dennoch verteuerte sich die Sanierung von ursprünglich geschätzten 500.000 Euro auf 1,8 Millionen. Und dann sind wir sehr dankbar, dass der Dombauverein mit viel Engagement der Mitglieder und vor allem des Vorstands Jahr für Jahr durch Mitgliedsbeiträge und Aktionen und Spenden 120.000 bis 130.000 Euro verlässlich erwirtschaftet und dem Domkapitel für den Dom übergibt. Das ist unheimlich wichtig und sehr hilfreich. Und davon sind dann in die Maßnahme hier 387.000 Euro eingeflossen. 40 Prozent der Kosten schoss das Land zu. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz beteiligte sich mit 57.000 Euro. Den Rest finanzierte das Bistum aus Mitteln der Kirchensteuer. Der nächste dicke Brocken steht bereits bevor. Die Sanierung der Osttürme soll 2023 beginnen, zumindest mit dem Aufbau der Gerüste. Die Türme wurden letztmals 1994 bearbeitet. Hedwig Trabik nahm inzwischen eine erste Schadenskartierung vor. Auch wenn die detaillierte Kostenberechnung noch aussteht, sind mindestens 4 bis 5 Millionen Euro für die Turmsanierung erforderlich. Es wird also erneut Jahre dauern, bis dieser Bauabschnitt fertiggestellt ist. Der 1000 Jahre alte Speyerer Dom ist eine ewige Baustelle. Jährlich sind rund 1 Million Euro für den Bauunterhalt erforderlich. Knapp 15 Prozent dieser Summe steuert der Dombauverein mit seinen 2600 Mitgliedern bei. Auch die Stiftung Kaiserdom zu Speyer ist ein wichtiger Geldgeber. Das ist bürgerschaftliches Engagement im besten Sinne, denn diese Institutionen engagieren sich für ein Bauwerk, das weltweit einmalig ist. Nicht umsonst darf sich der Dom seit nunmehr 30 Jahren als UNESCO-Weltkulturerbe bezeichnen.